Hallo, mein Name ist Baldina Ziegelmeier, ich bin ein Münchner Kindl, beide Eltern und Großeltern sind Münchner. Ich bin seit 13 Jahren bei Teleperformance, sehr gerne und hoffe noch viele Jahre dabei zu sein. Meine Leidenschaft ist die Malerei und das seit Kindheit. Dieses Bild nenne ich Gewitter, weil in jedem Leben kommen die schwarzen Wolken und man sieht keinen Ausweg. Aber nach dem Gewitter kommt immer das Licht und damit die Hoffnung. Auf Wiedersehen.